so freunde ich würde sagen wir gehen jetzt rein und hier ist das erste team mit einem kunko und diabe ich habe leider immer noch nicht diese dynamischen karten mitgenommen aber ich schaue mal und level abweg hat er auch gemacht ich hoffe wir werden jetzt nicht im ersten spiel ist gebrochen ich würde sagen wir gehen jetzt mal rein und hier ist das erste und da haben wir den ersten den ersten den ersten heute haben wir am start und hier ist das erste freunde als kraftleiter schon im zweiten spiel das ist unglaublich ich war doch der passwort wieder korrigiert und mein schweinstecker auf leo oder ich gehe doch an den rand der kriegt auto autopasse die korrigiert werden und er kann einfach mein kohle vorbeiziehen der kohle macht da gar nichts und 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 oh mein gott den hast du dich verdient alter den hast du dir sowas von verdient von rnf persönlich mann ja was soll ich machen was soll ich machen alter was soll ich machen alter was soll ich wieder machen will jetzt was soll ich ich was soll ich was soll ich was soll ich Wir sind durch, Gott sei Dank, Alter, wir sind durch. Gott sei Dank. Ja, scheiß Burger und deine scheiß Müsli woanders essen, Alter. Deine scheiß Müsli oder Burger, wie auch immer, deiner scheiß Bank essen, fressen. Fress deine scheiß Burger auf der Bank, Alter. Scheiße. Ja. 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 Ach du scheiße. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ich werde auch da wirklich die Reißleine ziehen und bei EFC, wenn da bei 0-0 oder 1-1 keinen Sieg gibt, da werde ich sehr schnell die Reißleine ziehen. Ich glaube, ich werde das nicht mal mitmachen, Alter. Ich werde das nicht mal mitmachen. Dass du wirklich da 100.000% besser bist, aufholst und dann kriegst du sowas reingedrückt, ist deine Moral so richtig gebumst. Ja, natürlich kann ich das abhacken, aber das ist wie oft soll ich das denn abhacken bei solchen Aktionen. 100.000 Mal auch Dennis? Das passiert doch jedes Mal, Alter. Gefühlt jedes Spiel. Ich habe das Gefühl, ich spiele hier auf adaptiv und nicht auf klassisch. Weil die Server leider sehr, sehr... Schlechste wieder... Ja, ich habe das aber ab. Ich habe das einfach eine Scheiße, Alter. Auch wenn die das, glaube ich, dann bei 0-0 oder 1-1 liegt dann die Geben. Nehmen wir mal an, die machen das, die beheben das. Dann werden die bei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, glaube ich nicht, erst recht nicht rausgehen. Dann werden die erst recht den Controller einklemmen. Aber auch da muss man das noch machen. Ich muss noch 3 WL spielen. Viel Spaß, Alter. Ich werde da, glaube ich, schon lange loslassen müssen. Über 9 Siege, aber was soll ich machen? Server ist eine Kacke gerade. Wenn du sprints, ist es da Delay. Die fangen erst nach 2 Sekunden an zu laufen. Das ist geisteskrank, Alter. Jedes Mal habe ich das selbe Problem. Du drückst R2 mit dem schnellsten Spieler. Die wollen gerade Antritt machen, die bleiben einfach hängen, Alter. Ich habe keine Lust mehr, ne? Ich habe keine Lust mehr. Ich habe wirklich keine Lust mehr. Dass da irgendjemand noch hochgeht, mag ich zu bezweifeln, Alter. Dass da irgendjemand noch hochgeht, mag ich zu bezweifeln. Ich kann das nicht verstehen, wie ich hier gerade gegen die größten Opfer hier verliere. Die größten Opfer hier. Weil hier nichts passiert, wenn ich die alle tackle. Hier passiert nichts, wenn ich gegen die tackle. Ich wollte ja... Ein Stub aus Lohn, aber... Dann geht es nach über 10 Jahren offiziell in die Heimat nach... Über 10 Jahren offiziell in die Heimat nach... Ja, klar... Besser geht es doch nicht, Mann. Also, Kickpeak. TikTok muss mir nicht erzählen. TikTok ist echt crazy, Alter. Wenn du mit ihm nicht spielen kannst, beschwer dich nicht, was? Nein, das ist das. Nein, das ist das. Nein, das ist das. Der hat der schon getestet. Der letzte Typ vom Urlaub. Deswegen... Ich muss mal gucken. Das ist dieser billige, dieser billige Anstoßpack. So billig. Mit so einem Ballack-SPC-Futter. Ich bitte dich, Alter. Ey, Ballack-SPC-Futter. Ey, Ballack-SPC-Futter. Was? Oder? Ich-Futter. Ich-Force. Ich-Futter? Oh mein Gott... Rotes Time-Finish. heute auf tiktok ihr könnt gerne rüber auf twitch kommen dort kann ich besser den chat lesen weil wenn ich mich mit dem kopf um 180 grad drehe kann ich direkt im gelben schein abholen und hab dann keine kraft mehr ja genau 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 die karte genau und auf einmal hat jeder dk was ist das für ein team alter messi ronaldo mbappé und du ja ich hier ja 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 ich ja er war schön er war schön hat doch gegen den grad gespielt hatte nur noch messi gefällt also wird pervers alter nur nochmals hätte gefehlt hat sie doch nicht dafür dann follow minus aktion so 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 zwei matchbälle noch und schauen wir immer das gefühl spiele man gegen die selben leute weil jeder das selbe team hat aber hoffentlich gehört das ist der vierte sieg das ist leider diese ecken sind so verhurt super hat es war fritz big man fritz big man schneller oder was alter oder was passiert hier endlich ja alles hängt an stunden und was war das jetzt ich war auf alle ich habe nichts gedrückt ich schwöre auf alles komm 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 ich will die führung machen ąt ja j nd j j es ist der brose es ist der blaue messi der blaue messi kann auch er hat losgelassen er hat losgelassen ok da war scheiße von mir der arschritze komplett dieser schuss der schuss war komplette arschritze ach so du hast kein bock mehr ja das bergte los wir sind durch freunde wir sind durch wir haben wieder gebraucht mit pause fünf und halb stunden fast geisteskrank für jeden der am start karte es gibt jetzt noch die box und wer noch 94 plus fix hat ihr wisst bescheid ich heiße überall gleich nur am ende mit unten strich oder einfach ausrufezeichen psn und ihr habt dann ein psn und wir können dann 490 plus fix oder sonstige sachen dann aufmachen vielleicht zieht ihr bei mir in ronaldo oder ein messi mbappé mal schauen dankeschön oder danke 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 so wir haben jetzt die 14 siege fertig das war die letzte wl freunde es hat mir mega spaß gemacht dieses jahr wir ziehen erst mal die worts und dann nachhinein werdet ihr mit meinem team einen kleinen abschluss ein kleiner abschluss rede halt bekommen aber jetzt gibt es erstmal kurz immerhin das halt diese spc futter kürze mach ihn er macht ihn der macht ihn er macht ihn die ja so und jetzt die nächsten trotz fix und mbappel werden schlecht als ergeben ja 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 freunde da sind wir wieder so frage neuer tag und zwar sonntag wie sind wir durch mit der wl oben links also da ganz oben links seht ihr auf jeden fall mein wiki ergebnis ich hätte 16 geschafft 100 prozent 1000 1000 prozent aber so ist jedenfalls leider jedes wochenende gewesen aber dennoch freunde das war meine letzte week league leider es hat mir sehr viel spaß gemacht dieses jahr wir sind gewachsen freunde und ich bin mega happy dass wir da etwas erreicht haben wo wir dann auch in ihr sie weitermachen werden deshalb wird es noch ein bisschen was dauern bis ich jetzt hier fertig werde denn es gibt jetzt noch einmal eine team bewertung freunde und dann noch einmal eine kleine abschluss dankes rede und ja freunde auf jeden fall möchte ich erst mal mit der team bewertung anfangen meine letzte das ist mein high end würde ich sagen es gibt zwar noch viel viel krassere die sind hier mal den ihr auf links verteidigung fragt ihr euch warum wahrscheinlich warum habt ihr hier konnte ich leider nicht ziehen sowie z7 ordentlich dass er jetzt als spc mit 42 spcs gekommen ist nicht einfach absurd ich würde so gerne nehmen weil ich sie empfehlen bin aber zweiflich spcs freunde das ist mir wirklich zu viel weil allein schon ronaldinho der sich überhaupt nicht gelohnt hat hat bei mir keine 20 spiele zusammengekriegt und auch in sedan leider nicht also ich fand die überhaupt nicht gut davon ist ein leer und wenn die zu 100 mal besser deshalb ja auf jeden fall was dazu also bist du auf mal die nie bin ich sehr zufrieden ich habe auch hier declin weiss gespielt aber ich weiß nicht warum der kann ich jemand ich habe glaube ich habe oder so eingewechselt weil der und also einfach nur scheiße war und gar keinen bock hat hat nur bürger gefressen an der seitenlinie und hast nicht gesehen und müßliriegel corny und so ein scheiß hatte ich echt schnauze voll gehabt aber freunde die offensive muss ich sagen waren beide beide wirklich wirklich gut also ori muss ich sagen war mit abstand bis jetzt der beste stürmer den ich bis jetzt gespielt habe klar haben einige noch den shapeshifter aber ich habe den shapeshifter auch noch nicht gezogen deshalb habe ich ihn mitgenommen und ihr seht es ich habe 57 spiele gemacht und ich habe mehr tore geschossen als ich spiele gemacht habe also was das für ein monster ist also da würden einige wahrscheinlich wieder fifa 18 oder 19 weibs kriegen mit seiner alten eiken karte aber das ist glaube ich nach langem der ori wieder der spielbar ist wie noch nie zuvor und habe ich auch irgendwie mehr tore als spiele gemacht obwohl ich so gefühlt nicht so begeistert war ich würde aber beide neun mit sternchen geben wobei ich auch die 9,5 gehen würde weil er klar klar besser war aber ich habe dann mitten in der week liegt so bei zehn oder elf siegen habe ich dann haaland rein gewechselt und war jetzt auch nicht so besser aber der sollte ja eigentlich besser sein der beste der stürmer sein auf der deutschen bei der verbindung hat wieder war es halt wieder sehr schwierig zu argumentieren aber dennoch würde ich auch die bessere note geben aber von heute werde ich auch eine 9 und 10 geben so mittelfeld würde ich auch eine komplette 8,5 bis 9 geben waren auch sehr sehr gut sind die google auch sehr stark gab es aber besser angeblich alle uwe und so weiter aber ich habe alle uwe auch getestet er ist hat zwar für mich nicht besser als der war einfach läuferisch in lindorf die besser und auch wie gesagt er ist viel besser als ein ronaldinho und auch da habe ich markisi und berlin gespielt davor was hollitt und berlin auch hollitt hat leider auch danach gelassen habe ich wieder markisi reingeholt obwohl ich vielleicht noch matthäus hätte reintun können aber matthäus wie gesagt wollte ich auch an der innenverteidigung haben deshalb würde ich auch mein mittelfeld eine 9 von 10 geben kommen wir zur verteidigung aus bis auf die ausverteidiger waren alles top aldini war jetzt okay aber jetzt nicht das was ich erwartet habe also diese ist zurücklaufen bei den gegenspielern hatte halt immer nie so richtig bekommen genau wie bei schweinsteiger wurde ja auch immer überlaufen und da war halt immer wieder das problem über die außen ist dann nichts zu war und immer wieder die innenverteidiger auch platz frei gemacht haben habe ich auch nie verstanden wo ich als hinten bleiben gemacht habe und hast nicht gesehen aber ich werde auch eine 8 von 10 geben und overall werde ich auch eine 9 von 10 geben ich kann sie es hat zwar auch viel kassiert aber ich bin fand er sei immer noch der beste und jetzt kann auch der der zweitbeste sein oder drittbeste anders war für mich war dieses jahr wirklich sehr sehr gut und ja war jetzt nicht schnelle teambewertung auf jeden fall war das eigentlich nur der zweck dafür dass dieses team hier als erinnerung bleibt und ja wie gesagt leider kann ich nicht auf die alten die verteile zurückgreifen und mal da meine alten teams sind bis auf fifa 22 noch kurz davor sind ja dann alle offline sind ja alle bereit offline zu stellen ja freunde da würde ich auch sagen was das mit der teambewertung ich wollte euch noch mal sagt haben dass ich mich bei euch bedanken wollte auf youtube kam jetzt nicht mehr so viel weil ich wieder einfach demotiviert war wegen fifa also da was zu bringen weil ihr wisst ja ich muss das ja nicht wieder sagen ihr kennt das ja sobald die patches kommen macht das spiel einfach keinen spaß aber erst im nachhinein ist dann der service irgendwie dann mal gut da wieder mal schlecht da wieder mal gut da wieder mal schlecht und ja dennoch möchte ich von allen herzen bei euch bedanken wir sind gewachsen das freut mich extrem ich hoffe wir können zu fc 24 weitermachen wo wir aufgehört haben ich bin auch auf tik tok mittlerweile sehr aktiv was ich niemals hätte was ich niemals hätte von mir selber sagen können also was da halt wirklich passiert das hätte ich nicht gedacht auf jeden fall danke an der stelle noch mal danke für eure ganzen teams eure ganzen packs und so ich hoffe wir können da weitermachen zu fc 24 und kann nur offen dass da halt nicht so schnell das game wieder tote ist hoffentlich ja ich hoffe das hat euch das ganze hier gefallen was gerne wurden leichter ich will zu jedem wochenende versuchen so ein zwei videos zu bringen eigentlich würde ich jeden tag ein video bringen aber das ist das wetter halt zu viel ich will erst mal step by step wieder anfangen ich komme wieder gerade vor als wenn ich wieder irgendwas versprechen mich einhalten will aber ich muss mal schauen freunde ich muss wahrscheinlich aber ich will unbedingt jetzt auch youtube weitermachen wenn ihr wüsstet wie lange ich schon hier dabei bin aber nie so richtig durchgezogen habe ist schon ein bisschen traurig aber ja was wir machen muss man auf jeden fall besser machen ja check auf jeden fall die beschreibung ab trotzdem meine social media kanäle auf insta bin ich immer aktiv da habt ihr alle informationen die ihr braucht wenn ihr was wissen wollt und da würde ich sagen lasst ein like und ein abo da macht's gut freunde wir sehen uns zu fc24 euer fettet ist draußen und ciao wir sehen uns auf jeden fall wir sehen uns auf jeden fall